Ah, hör mal! So. Ah, hör mal! Ja, du darfst ihn mal anfassen. Mehr gelacht als gefahren. Richtig gut. Klassisch. Ab Bahnhof ein Becher an. So, heute geht's wieder nach Hamburg auf dem Mario Kart Turnier zusammen mit Betsy. Und wir haben uns gedacht, wir haben ja schon einen Livestream zusammen gemacht, immer lustig. Ich fahr einfach früher los, da wir eh zusammen dahin fahren. Hauen einen Livestream raus, denn mal gucken, ob wir das Turnierrocknen letztes Mal ins Finale geschafft. Ja, da war auch Sense, aber das Spiel war schuld. Aber erste Herausforderung ist, erstmal wieder zeitlich anzukommen, weil meine Künste mit Bus und Bahn... Naja, man wird's sehen. Man mag's kaum glauben, aber ich hab's diesmal echt pünktlich ohne großartige Komplikationen geschafft. Wow! Grad schon wieder lachen, hat man vielleicht im letzten Video gesehen. Ja, nicht so gut, weil's dunkel war. Mann, na, hör mal! Hat Betsy auch immer so geile Versprecher hat im Livestream und hat natürlich irgendwann mal Renz gesagt. Und ich glaub, ein, zwei Tage später hat irgendjemand hier Renz hingesprayt, nämlich da. Und er sagt natürlich, ich war das, ich sag, er war das, ich mach sowas natürlich nicht. Denn ich mach nur Sachen, die auch Style haben. So, siehste, geht doch. Ich muss schon mal lachen, wenn ich auf dem Weg zu Betsy bin. Ihre nächste Story. Wann war das? Ja, wo wir das erste Mal zusammen gestreamt haben, wo ich ihn Besuch hab. Ja, abends Essen bestellen. Da sagt er so, oder nee, morgens hab ich den WhatsApp-Status gesehen. Ja, ganz stolz, neuen Briefkasten, neue Klingel. Wir bestellen Essen. Scarlet kommt und sagt so, ja, die Klingel ist kaputt. So, er hat ja wieder super gehalten. Und dann, ja, ja, das war der Lieferant, der hat da zu doll gedrückt oder so. Na, schauen wir mal. Weil ich bin ja auch nicht so der Heimwerker, wie der ein oder andere weiß. Man kann mir ein Laptop geben, ich hack dir das Pentagon. Aber sobald irgendwie Reifen wechsel oder so, vergesse es. Aber wir wollen erst mal gucken, ob die Klingel hält. Hält? Sind Sie bereit, zu rennen? Ja, was jetzt? Nein oder nicht? Ja, aber wie? Ja, cool. Mit der Mütze muss man dann zum Turnier. Der kann sich auch gleich aufgehalten. Hallo! 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 Oh, was ist denn das? Das ist gar nicht komplett Fügelturm. Und ich mach zu an, äh, pausiere. Ah, hör mal! Oh! Mit Charakterwahl. Nämlich Rutenmoschi. Wollten mir auch noch die Namen weg, ihr habt gesagt. Hinten wir erst gecheckt. Ah, komm. Rutenmoschi! So, Stream haben wir. War wieder ultra lustig gewesen, ne? Haben wir richtig, richtig geil gemacht. Ja, sehr geil, ja. Wir sind jetzt hier wieder in Game Time. In Game Time bei Hamburg. Nee. Bei Hamburg? Nee, ist ja richtig. Bei Game Time. Bei Game Time. Bei Game Time. In dem Cut. Hä? Also, wir sind auf jeden Fall bei Mario Kart Tony angekommen. Scarlett fährt heute auch mit, aber die ist, die ist AFK. Und was glaubst du? Beide Finale heute? Also, ich hab meine Cap ja schon umgedreht, aber... Ich hoffe es, ja. Ich hoffe wirklich, dass wir beide ins Finale kommen und dass zumindest einer den Pokal mitnehmen kann. Ja, diesen Pokal. Zumindest einer. Ja. Denn beide kriegen wir schon Kacke. Mollen wir mal so rein oder so? Oder so. Und Scarlett ist jetzt auch da, die ist nicht nur Zuschauerin. Die fährt heute mit. Aber sie ist jetzt befugt, den auch mal anzufassen. Ja, du darfst ihn mal anfassen. Wow. Wow. Und Red Bull hat sie auch bekommen. Sehr schön. Ersten Cup, 60 Punkte. Es geht los wie letztes Mal. Hoffentlich bleibt das auch so. Was meinst du? Omen. Du hast doch schon die Cappy umgedreht. Was war los, ey? Das ist ja... Ich hatte gute Momente. Aber auch mehr schlechteren Menschen. Alter, Schokosumpf. Wir haben so mitgelebt. Und tatsächlich waren wir jetzt in Eingruß, Mardo. Ja? Das war doch tatsächlich so. Soll ich mich cool als Klemper, oder? Ja, was soll man denn sonst sein? Ja, mit Klemper. Erster Cup, die wir zusammen sind. Und zweiter, dritter Platz. Es war der beste Cup. Es war der beste Cup. Also mehr gelacht als gefahren. Richtig gut. Was hat er denn da schon wieder... Ja, er ist frustriert, weil Mario Kart mal wieder nicht ins Finale gekommen ist. Ja, genau. So, jetzt sind wir nochmal nach Mario Kart natürlich noch klassisch am Bahnhof ein Bächern. Weil die Bahn dauert ja immer... Ist auch die letzte, die musste ich leider nicht. Sonst wäre ich natürlich noch geblieben. Auf jeden Fall Mario Kart Turnier. Wie fand ihr das? Ja, war gut. Scarlett erfolgreich mitgemacht. Es gab schlechteren. Drei waren unter dir. Ja. Drei waren unter dir. Also beim Spiel. Betsy, leider wieder am Finale vorbei. Und ich habe den ewigen vierten Platz. Schauen wir mal nächsten Monat vielleicht wieder. Sonst werden wir mal wieder auf dem Samstag, denke ich mal, eins veranstalten. Ja. Ja. So mitgewinnen, aber nicht für alle. Ich finde, das wird auch mal wieder Zeit mit der Community geben. Ja. Nicht nur dieses Sonntagding, sondern so ein Samstagding. Ja, die Sonntagdinger müssen... Die haben wir auch vermisst schon. Eben. So, das war es auch wieder für dieses... Ich wollte eigentlich keinen Vlog machen, ne? Aber... Doch. Da passiert immer so viel Mist. Hör mal. Hör mal!